Moins und Pamarillos, mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Raps Play und wir zocken eine Runde Rocket League und zwar 1 zu 3 gegen 3 Standard im Ledermodus und ich bin hier mit dem goldenen Reiter unterwegs. Sieht nice aus, oder? Meine Bude, geile Kiste. Ja, ich werde 100 Folgen voll machen, diesmal ohne Facecam. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr das möchtet, dass ich mit Facecam spiele oder ob es okay ist, wenn ich ohne Facecam zocke. Ist jetzt die erste Folge ohne Facecam, ist auf jeden Fall ein bisschen weniger Aufwand für mich, das zu schneiden, deswegen. Ich probiere jetzt wieder öfter Rocket League zu machen und ja, ich werde ein bisschen 2 gegen 2 mit dem Tim spielen oder je nachdem halt auch 3 gegen 3 einzeln, wenn ich halt alleine zocke. Oh, halte den! Woo! Das war knapp. Okay, am liebsten zocke ich ja 2 gegen 2, aber da will ich mir den Lederrang nicht versauen, indem ich nicht mit dem Tim spiele. Ach, scheiße, ich hätte erst fliegen sollen. Ah, das war kacke von mir. Wow, wow, wow! Alter, der hat ein Tor gemacht. Was für kranke Scheiße. Den habe ich gar nicht so schnell kommen sehen jetzt. Ah, der wäre so oder so vor mir am Ball gewesen. Scheiße! Okay, anstrengend, Leute, anstrengend. Ist ungewohnt, jetzt wieder auf dem vollen Bildschirm zu spielen, weil sonst zocke ich halt auf dem geteilten Bildschirm. Und da sieht das von der Perspektive her immer ein bisschen anders aus. Und dann auch noch 3 gegen 3. Oh, was macht der denn da? Der springt ja am Ball vorbei. Oh, nice! So, der ging nach vorne. Alter! Ah! Immer die Mangis hier, immer die Mangis! Oh, da fliegen sie alle und keiner trifft den Ball. Sehr schön. Was macht der? Torschuss? Was macht ihr denn da? Jetzt ist da kein Nitro. Okay, ich fahre nochmal zurück. So. Der schießt. Und, oh, über den drüber. Und der springt noch. Und der Ball ist heiß, der Ball ist... Nice! Der ist drin! Vorlage! Guter Pass, sagt er. Guck mal, da habe ich ihn... Guck mal, wie schön ich ihn nach oben gehauen habe. Und da kommt Tremtralala und macht ihn rein. Tremtralala. Okay, ich bleibe mal ein bisschen hinten. So, der Ball wird nach links gespielt. Der fährt über die Bande. Oh, spielt den nach oben. Aua, wo rammt der mich denn hin? Oh, der war zu weit oben. Der kann nichts machen. So, ein bisschen ausgebremst. Tremtralala am Ball. Oh, oh. Kann er noch mal vorspielen? Nein, kein Vorspiel. Oh, der wird schießen. Ah, ich hätte noch ein bisschen weiterfahren müssen. So, jetzt hauen weg, hauen weg. Warum schießt keiner? Oh, oh. Okay, ich fahre ins Tor. Nice, der hat den Ball noch erwischt. Schön nach vorne gespielt. Geblockt. Okay, den spiele ich dann. Oder auch nicht. Heiße. Ah. Der kann ins Tor. Geh. Der muss weg. Ah, da drehen die mich um. Boah, nice gehalten. Oh, und, und, Vorlage. Drin. Drin. Nice. Schaut euch das Tor an. Distanz-Tor. Zack. Und er macht ihn rein. Nice. Und los. Oh, geschmeidig. Wow, wo kommt der denn her? Ich wollte gerade den Ball schießen. Ach, du Scheiße. Ah, den wollte ich weiterleiten. Das ist aber sehr schwer. Das hat bei mir noch nie richtig geklappt. Mit dem Weiterleiten. So, den blocke ich mal ein bisschen. Alter, weg, crashen. Hier rein. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Weg damit. Was macht ihr denn alle hier? Boah, drei gegen drei ist so anstrengend. Oh, shit. Der ist geht nicht. Der geht nicht. Der geht auch nicht. Trem, tralala. So, was macht ihr? Nochmal nach vorne. Oh, tram, tralala. Komm. Boah, weg damit. Von da kann erstmal keiner schießen. Er schießt. Nice. Gut gehalten. Oh, da steht noch einer im Tor bei denen. Einer, der die fiesen Bälle von hinten macht. Ich wollte gerade sagen. Den muss er aber kriegen. Oh, Parade. Oh. Scheiße. Tram, tralala. Was machen die denn da? Was ist denn hier los? Spielt den Ball doch mal da weg. Ah. Nice. Jetzt geht es weiter nach vorne. Oder auch nicht. Oh, Alter. Die spielen den Ball einfach irgendwie an. Das hat überhaupt keinen Kopf, keinen Fuß, was die da machen. Oder keine Hand und keinen Fuß. Oder kein Kopf und keinen Arsch. Boah. Okay. Der hätte ja fast doch reingehen können. Okay. Oh. Nein. Nein. Ah, der hat mich gedreht. Die fahren alle am Ball vorbei. Heiliger Crack-Junk. Und den habe ich noch. Scheiße. Und aus und vorbei. Geil. Mein Gott, ey. Herausforderer 3 Liga 3 bin ich jetzt. 5 Ligen gibt es, glaube ich, jeweils. Heiliger, ey. Was ein Match, oder? Kranke Scheiße. Gut. Ich bin gespannt, was es noch für geile Matches heute gibt. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr am liebsten sehen möchtet. Ob ihr lieber 2 gegen 2 seht oder 1 gegen 1 oder 3 gegen 3 oder 2 gegen 2 mit dem Tim. Dann werde ich da ein bisschen drauf eingehen. Wie gesagt, 100 Folgen möchte ich gerne machen. Und das ist natürlich kein Problem für mich, da ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen, was die Zuschauer sehen möchten. Ist ja immer so eine Sache. Aber jetzt möchte ich erstmal ein neues Spiel starten. Aha. Weiter geht's. So. Was ist los? Ah. 2. 1. Ich muss fahren. Dann fahre ich doch auch. Uh. Und jetzt Tor. Oh. Der war viel zu hoch. Okay. Erstmal rantasten an die Gegner. Und der kann reingehen. Gut abgefangen. Okay. Mit der Ecke berührt. Es gab einen Befreiungsschlag. Der geht nicht rein. Wo spielt der hin? Da gegen die Wand. Wer fährt? Von hinterher. Direkt schießen. Oh. Der war ein bisschen blöd, oder? Drin. Nicht drin. Doch drin. Nice. Zack. Guck mal einfach rein. Und der macht die nach oben. So. Ich geh Nitro holen. Und der fährt natürlich auch Nitro holen. Alle fangen Nitro holen. Boah. Erster Ballkontakt. Gut, dass ich mir 100 Nitro geholt hab. Und verballer das direkt wieder am Anfang. Da hätten sich auch die 34 vom Start besser bezahlt gemacht. Ich wollte jetzt bewusst nicht fliegen, weil ich hätte den sowieso nicht mehr einholen können im Flug. Der war als erstes oben. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Nein! Nein! Oh Mann. Den hab ich. So, mach da was draus. Nicht du. Die anderen aus meinem Team. Oh, der Wald geht nach oben. Scharf nach oben. Scharf nach oben. Oh shit. Oh shit. Ne, der geht vorbei. Ich kam nicht dran. Oh Gott sei Dank hat der ihn verhauen. Oh. Was macht der? Den hab ich geblockt. Oh. Warum schießt der den? Oh, der hat noch einen Typ vorbei. In welche Richtung schießt denn der? Oh, da kam ich nicht dran. Scheiße, verdammt. Scheiße. 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 Oh. Und Nachschuss, Nachschuss. Schieß. Was war das denn? Oh. Das war klar. Wir hätten richtig geblockt. Oh. Den kann ich auch nicht weiterleiten. Nein. Nachschuss. Nein. 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 Weg damit. Woo. Verdammt. Hey. Oh shit. Der ist drin. Nice. 2 zu 1. Guter Schuss. 2 zu 1. Guck mal. Ohne Vorlage. Die hatte sich quasi selbst gegeben. Die Vorlage. Nice. Scheiß. Scheiß. Okay. Der holt sich Nitro. Gönn dir, Brudi. Der geht doch drüber. Oh. Und der geht daneben. You mad. Ich war noch am rückwärtsfahren. Verdammt. Okay. Einer ist raus. Was macht ihr denn da? Ich finde es ja scheiße, dass es keine Punkte mehr gibt. Wenn man ein Spiel gewinnt oder verliert, dann hat man ja früher immer Punkte bekommen. Gibt es ja jetzt nicht mehr irgendwie. Warum auch immer. Finde ich ein bisschen scheiße. Weil das kann man gar nicht sehen, wie man sich so vorangearbeitet hat quasi. Es traut sich keiner zu fahren. Alle lassen die Zeit ablaufen. Ähm. Okay. Der schießt. Nix da. Wixar. Boah. Wie fliege ich denn? Wie der letzte Hund, ey. Ach du Scheiße. Ja. Jetzt komm. Jetzt schießt mir ein Tor. Ich hab's verdient. Äh. Naja. Was soll der Ball da? Wo schießt denn der hin? 30 Sekunden. Ja komm, wir haben gewonnen. Was ein langweiliges Match hier. Und komm, Messer. Messer. Wie heißt der? Was war das denn? Tor. Vorlage. Ich bin nur auf Platz 2. Ich muss jetzt noch ein Tor machen schnell. Hä? Habt ihr das gesehen? Alter. Die Drehung nach rechts. Hätte nach links drehen sollen. Und gehalten. Neun. Acht. Oh. Wie kann ich denn den so hinschießen? Egal. Oh. Okay, das war's. Und noch eine Runde. Eine Runde geht noch. Eine geht noch rein. So, neues Match suchen. Dann geh ich mal zurück ins Hauptmenü. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich würd ja gern meinen Funkeln wieder reinmachen. Anstatt die Sterne. Meinen Sprühfunkeln. Das pitzelt so schön. Kommt natürlich auch geiler, wenn man Gold ist. Nice, oder? Der goldene Reiter. Gut, machen wir mal ein bisschen Sprungtraining. Auf Profi. Ich glaub, ich werd ein bisschen heiser. Ich muss gleich meine Stimme mal schonen. Oh, was geht? Alter, was war das denn? Du, 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 du. Okay, auf ein weiteres Match in der 3 gegen 3, Leder. Aha. Grundlos asozial spielt mit. Wisst ihr Bescheid? Erster Ballkontakt. Fullkontakt, Motulkombat. Oh, der ist drin. B, J, M, 4, 0, 4. Oh, shit. Ist 4, 0, 4 nicht, äh, der Error? Null, äh, no, no, no file oder not found oder so? Ich glaub, not found. 4, 0, 4 steht doch dann immer da. Oh, scheiße. Weg damit. Oh. Der hilft hoch. Das sieht man doch. Der hilft auch hoch. Ah, der wird ihn klären. Ich klär die Nutte clear. Oh, shit. Ah. Ah. Okay, den hab ich. Befreiungsschlag. Res- Oh, Rescue Punch. Was mach ich denn da? Alter, jetzt wird er aufs Tor geballert. Komm nach vorne, Leute. Attacke. Oh, 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 oh. Okay, ich geh verteidigen. Ich lass da gleich noch einen reinkriegen. Der ist drin. Oh, nice. Mad Dog. Vorlage. Zack. Und BJM 4, 0, 4 springt in den Ball und spielt ihn nach oben. Jetzt müssen wir uns aber anstrengen, Leute. Oh, nice. Nein. Ja. Ferrari 0, 7. Oh. Ist das die Platinkrone oder die Silberkrone? Kann man hier gar nicht sehen, in welcher Liga der Typ jetzt spielt. Okay, jetzt hab ich das Citro nicht bekommen. Wir brauchen... Oh, wir brauchen einen Boost. Ich dachte, der kriegt den, ey. Dieser komische Leck manchmal. Äh, wo spielt der hin? Und der hat den. Nimm das! Oh, der geht gerade aufs Tor. Nee, der geht nicht ins Tor. Oh, shit. Oh, jetzt dachte ich, der spielt einen rüber. Und ich wollte einen abfangen. Wir sind Abfangjäger. Okay, ich hab uns ein bisschen Zeit verschafft. Um in den Verteidigungsmodus zu gehen, quasi. Oh, wer schubst mich denn da? Oh, shit. Gib Gummi! Oh, den konnte ich nicht mehr aufhalten. Fuck. Schaut es euch mal an. Und da hat der nochmal geschossen. Ah, der kam noch dran, aber... Miese Brieze. Und los. Komm hier. Da fliegen sie alle. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Zweimal gerammt? Der hat ihn aber. Boah. Aber was soll ich damit machen? Alter, was hat der denn für ein Geräusch gemacht? Ihr hört das ja alles nicht so deutlich, wie ich das hier höre, auf den Kopfhörern. Vor allem, weil der Ton für euch ja leiser ist auch noch. Und, kann der reingehen? Kandeloni! Vorlage! Fett. Guck mal, zack. Und dann kommt der an. Boah, genau durch die Lücke. Sehr schön. Komm, eins müssen wir noch. So, wer schießt? Ich hätte schießen müssen. Kein Problem. Kein Problem! Kein Problem! Yeah! Wuhu! Guck mal, und er schießt. Schön aufs Tor. Damit hat niemand gerechnet. Und was macht der da? Keine Ahnung. Und der schießt ihn rein. Geile Sache. Damit steige ich auf Platz 2. 20 Punkte Unterschied noch. So, er hat ihn. Muss man ein bisschen meine Stimme schonen. Ich werde nämlich schon heiser. Macht der denn da? Oh, shit. Geht der rein? Nein. Boah! Gefährlich geblockt. Andere Richtung. Und weiter drauf. Weiter drauf. Weiter drauf. Komm, Tor ist frei. Oh! Leute, Leute, Leute. Ich fahre ins Tor. Sicher ist sicher. Wir dürfen uns keinen mehr einschenken lassen. Oh! Abgeleitet noch. Gerade so. Ich habe zu spät realisiert, dass der von da oben kommt. Oh, geh weg. Was macht der denn da? Nice. Da vorne das Ding. Boah! Der war nicht schlecht. Ah! Der war aber schlecht. Oh, scheiße. Nein! Oh, Gott! Weg damit! Und beide fliegen vorbei. Der kam dran. Oh, Mann. Der klaut das Nitro. 40 Sekunden. Gibt das etwa eine Nachspielzeit hier? Ein Golden Goal? Oh, 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 oh. Ah, der wäre so gut für eine Flanke gekommen. Aber... So, aufpassen, Leute. Ein Bounce auf dem Boden? Reicht nicht. Reicht nicht. War zu langsam. Aber Torschuss gab's. Okay, aufpassen. Und? Der! Nein, 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 nein. Nein. So. Nachspielzeit. Und... Was ne Vorlage! Und da keiner macht. Nein! Oh, lol! Heiliger Crack-Junk war das knapp. Ich hätte schwören können, der geht rein. Vorschuss. Okay. Beide Teams hatten bis jetzt eine Chance, den Ball zu versenken. Beide nicht wahrgenommen, was damit? Und der ist auch wieder daneben. Beziehungsweise gehalten worden. Der kann... Ah, der geht ein bisschen daneben. Oh, nein! Und wenn er auftritt, springe ich. Scheiße. Scheiße, der ist zu nah. Oh, aufpassen. Schnell drehen. Oh Gott. Oh Gott. Der war ein bisschen zu hoch. Gott sei Dank. Oh, scheiße. Oh, geblockt. So, Torwart muss weg. Und da ist er drin! Ich hau den Torwart weg und mach noch die Vorlage dafür. Schaut euch das an. Zack, da ist die Vorlage und ich hau den Torwart zur Seite, ey. Und da ist das Ding drin. Geile Scheiße. Gutes letztes Match. GG, Leute. Herausforderer 3, Liga 4. Ist das was? Da bin ich mal in eine Liga gestiegen. Gut, Pamarillos. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Rocket League. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Denkt bitte an den Daumen nach oben und Feedback in die Kommentare. Möchtet ihr Facecam sehen? Möchtet ihr 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 sehen? Splitscreen online, was ihr sehen möchtet. Schreibt mal rein. Und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Stay Pam. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Tritt, ich schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch. Drückend, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro...